Hiho und willkommen zurück bei dem Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellfoss Shadow of the Phoenix. Jo, wir sind in der roten Wüste angekommen in der letzten Aufnahme-Session. Haben uns schon ein bisschen... Warum haben wir nicht gerufen? ...mit den Hasim hier rumgeschlagen. Äh, ja, was können wir jetzt ausbilden? Machen wir bei unserer ersten Brander. Hm, ihr lauft jetzt wieder da lang. Okay, ihr lauft da lang. Ja, euch vor... Was liegt an? Warum hat sie sich verrufen? Eure Versuche langweilig! Ein Gegenangriff! Also ist die Wahrscheinlichkeit da doch sehr hoch, dass ihr da wieder auf der Seite... ...lasst uns lieber Krieg führen! Hochkommen! Ja, und meine Fischer bringen langsam nicht mehr genug Nahrung. Okay, sie kommt doch von hier. Ich rieche ihre Nähe! Für den Klam! Das Gebäude ist einsatzbereit! Okay. Keine Rast! Gut! Oh, nun greifen natürlich meine... Warum habt ihr nicht gerufen? Unsere Stadt wird angegriffen! Miene an! Ja, ich rieche ihre Nähe! Okay, erst mal die hier verböbeln! Warum habt ihr nicht gerufen? Ich rieche mich, bevor wir zuerst! Ich rieche sie nicht! Ich rieche mich nicht! Zarah, hilf! Mich hat's erwischt! Sie sind in der Stadt. Ihr könnt nicht vorbei. Ihr könnt nicht vorbei. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Dann eine neue Schmiede aufbauen. Ihr habt doch genug Holz hier. Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. 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 So, dann besetzen wir mal das Jagdhaus. Oh, da kommen sie wieder. Und die Fischerhütte. Was? Nein. und ja ich glaube ich kann langsam hier postieren ist was na los und einfach sie abfangen wenn sie hier hochgekrochen kommen gut ihr errichtet unsere biene wieder na los ja ich brauche jetzt 1000 nahrung ich muss gucken dass ich ja dass ich die nahrungsproduktion in gangkriege jetzt langsam mal ich rieche blut du bist angeschlagen das gebäude ist einsatzbereit ist was so errichtet mir noch einen brand einen feuerwerfer hier einfach der seite kommt nicht mehr viel weil das lager irgendwie auseinander gerieben wurde also von den hasim das kriege ich eigentlich noch hinter ruhe ist alle ohja verbesserung ist fertig gesteckt das ist natürlich auch immer praktisch das gebäude ist einsatzbereit so dann heißt es jetzt mit schweiz suchten bauen wohin wo sonst ja wohin was wollt ihr gut ich will dass sie hier drüben eine holzfälle hütte errichtet weil ihr sollt nicht den holzfälle da oben das holz weg nehmen die meines ernst ist was keine last was jetzt ich bin müde aber das war ein jäger das eine arbeit immer nur arbeit lasst uns lieber krieg führen kämpft so ok soweit euch kann ich dann noch nach hier verschieben wenn ihr hier oben das meiste holz abgebaut habt aber ja ja ein gegenangriff klar wieder zu mir ok jetzt sollte ich aber mal unser avatar hierüber bewegen und mal heilen diese doch schon recht angeschlagen was jetzt ja schon gut was wollt ihr los ja arbeit immer nur arbeit so ihr könnt mal helfen hier alles zu bauen wenn es schon keine fische gerade gibt das gebäude ist einsatzbereit eine schweige zucht fehlt noch und sie stehen gerade genau da wo ich sie setzen will lasst uns lieber krieg führen ok was haben wir verloren ein totem das kann man leichter setzen das totem ja schon gut Hey, da drüben sehen wir eine Clown-Mumie. Muss uns nicht vergessen lassen, sollte, dass wir viele Brander noch brauchen werden. Das Gebäude ist einsatzbereit. So. Hey, und wir können unsere Bevölkerung erhöhen. Fünf Brander, würde ich sagen, und dann noch fünf Veteranen erstmal. Beim nächsten gibt's dann erstmal Trommler. Also fünf Trommler, vier Brander. Oh. Wir wollen hier oben hin. K Adams 1 of facebook in james하는데. Kommst das mit. Mein Grund hätte. Kommst das mit. Kommst der 30er. Kommst das mit. 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 Vielen Dank.